Auf unserer ersten CD wird es so sein, dass Stücke auftauchen, die wir umarrangiert haben für Events oder für Hochzeiten. Und unter anderem auch das Stück, von dem wir heute ein Video drehen werden, von Nothing Else Matters, von Metallica, das wir natürlich als kleine Band nicht so aufführen können, wie Metallica, sondern natürlich umschreiben mussten und daraus ist ein ganz neues Stück entstanden. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als du gesagt hast, Henning, wir sollten mal Nothing Else Matters mal machen, das ist gefragt worden und ich dachte, oh je, Nothing Else Matters, von Metallica eine Gitarrenband, wie soll ich das denn am Klavier machen? Ich sage zuerst, das geht gar nicht. Und dann haben wir ein bisschen rumprobiert und das ist eine sehr interessante Sache draus geworden. Und ja, wir sind eins unserer Highlights aus unserem bisherigen Programm. Ja, wir haben das Stück auch schon im Studio aufgenommen und zwar im Topaz Studio in Köln beim Reinhard Kubialka und wir haben am Ende des Stücks beim Mixen gesessen und der Reinhard hat das auch bestätigt. Es ist irgendwie was Neues irgendwie. Ich glaube, er hat sogar von einem Epos gesprochen. Es lohnt sich unbedingt, in unsere CD reinzuhören und wenn ihr Zeit habt, klickt auch noch ein bisschen weiter und seht euch das Musikvideo von Nothing Else Matters an.